Wow. Was ist passiert zwischen Nathan und seinem Vater? Du musst dich von mir leiten lassen. Oder du bist auf dich allein gestellt. W-w-w-what? Äh, Computer benutzen? Das hat er also mit der Kate gemacht. Ach du Schande. Ach du Schande. Ah, die Apocalypse Entertainment System. Kiste. Mhm. Was haben wir hier? Ansehener Kamera. Wer fürchtet, der Nathan hat hier seine Opfer fotografiert. Und beschallt und beleuchtet und... Ah, wow, wow. Flasche. Hm. Und sich amüsiert. Offensichtlich. These newspapers are all about Rachel and Kate. Arcadia Bay Beacon. Rachel Amber gilt offiziell als vermisst. The Blackwell Totem. Das Wesen der Berichterstattung seit 1898. Suche nach beliebter Blackwell Schülerin wird fortgesetzt. Von Juliet Watson. Arcadia Bay Beacon. Blackwell Schülerin begeht Selbstmord. Ach du Liebesbisschen. Und wenn man denkt, es kann... No, es kann nicht schlimmer kommen. Nadeln und Drogen. Nieders. Gross. Er hat sich tatsächlich alle seine Opfer unter Drogen gesetzt. Ach du Liebesbisschen. Was ist denn das für ein Mistding? Das ist eine originales Bildung. Das ist perfekt in hier. Achso, das habe ich schon. Das habe ich schon. Oh mein Gott. Nein. Kates Akte nochmal ansehen. Kate looks so doped up. She has no idea she's being posed. Oh meine Güte. At least Kate was asleep through all this bullshit. Ja. Schauen wir uns nochmal Rachels Akte an. This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Rachel has passed out and she has something in her mouth. What happened to her? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Was ist denn da für ein Zettel noch? Oh yeah. School Suspension is a deal breaker in the Prescott family. Lieber Nathan, Director Wes hat mich informiert, dass du aufgrund verdächtiger Aktivitäten im Vortex Club deinerseits suspendiert wurdest. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du erneut Schande über die Familie gebracht hast. Ich habe dir alles gegeben, was du wolltest, die Blackwell Akademie und andere Dinge, die wir hier nicht erwähnen werden, eingeschlossen. Aber nichts ist je gut genug für dich. Du bist immer noch mein Sohn und ich will, dass wir dir unser Schicksal erfüllen. Dieser Tag rückt schnell heran, als dir bewusst ist. Also sei bereit, diese Verantwortung zu schultern. Dies ist meine letzte Warnung. Es Prescott. Holy Moly. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen, Leute. Und das Klebeband ist klar, was jetzt damit gemacht wurde. Zum Schrottplatz gehen. Ah, wir gehen jetzt direkt mit Chloe zum Schrottplatz. Ich weiß genau, wo ich gehe. Ich weiß genau, wo ich gehe. Look, das ist es. Das ist es. Are you going to help me, Max? Chloe, stop. Look. Please, no. That's the smell. Rachel. No, Rachel. No, no. Please, not her. Chloe. Chloe. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? I love her so much. I love her so much. Das war's für heute. Das war's für heute. The Prescotts have had this coming for a hundred years, and nobody is gonna get in my way. Especially with your help. Right? I'm with you to the end, Chloe. You know that. Oh, shit. This is like that eclipse. You're right. Look at the outline. I can't tell if they're different. What is that? Jesus, Chloe, look up at the sky. Beautiful. I don't give a shit. The world is ending. Cool. You're not listening. Something major is going down. That's right. Nathan Prescott is going down. Welcome to the end of the world, ladies. I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you all right after today? I'm glad you stopped me. Nathan is dangerous. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was holed up in my room. Dude, have you been drinking? Well, if you consider half a beer drinking. Let's go, Max. Hey, hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so... I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know, I know. I'm a pain in the booty. Just one picture. Uh... Action. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultraviolence. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Hey, we still need your expert help. If you see Nathan, text me immediately, okay? And do not let him see you. He won't. I know how to be invisible here. Not to me, Warren. Text soon. Hi, can I take your code or anything? No, I didn't see any tablet with cat pics. Okay, Chloe. Where the hell are you? Okay, Leute. Willkommen auf der Weltuntergangsparty. Und die... Die Geschichte mit Rachel ist ja mal wirklich grausam. What? Mir tun wir es mal wieder... Mal wieder gar nicht gut. Das ist Stella. Können wir mit ihr reden? Ja. Hi, Stella. Hey, Max. Willkommen zum Ende der Welt. Willst du mich, dass ich etwas in die Frage beobachten kann? Oh, nein, danke, Stella. Hast du noch Nathan gesehen? Nein, danke Gott. Das Mann schreift mich aus. Warte, ein paar Mädchen hat nur Nathan über Nathan gefragt, bevor du in die Frage kamst. Nathan ist gruselig. Welches Mädchen... Welches Mädchen wird das wohl sein? Nathan ist gruselig. Warum schreift dich aus? Er sollte. Ich will nur deine Reasons. Er ist ein Bully für eine Sache und er hat Warren für eine andere. Aber hast du nie gesehen, seine Augen gesehen? Gläziert und schreitiert. Ich weiß was. Also, warum arbeiten du an einer Vortex Club Party? Ich dachte, du wolltest ein Mitglied sein. Schraube das. Ich bin hier für den Job. Wer hat dich angeheuert? Irgendwas Ungewöhnliches? Ähm... Irgendwas Ungewöhnliches? Ähm... Irgendwas Ungewöhnliches? Ja, ich habe erinnern, dass sie keine Scheiße über Kate Marsh geben geben. Ich bin glücklich für den Job, aber ich glaube, dass Prinz Welle die Partei verabschiedet hätte. Ich glaube, ich bin nicht cool genug. Ja, du bist, Stella. Du bist smart, ehrlich und du hast deinen Scheiß für Blackwell. Ich hoffe, dass alles dein Weg in der Ende verabschiedet wird. Oh, danke dir, Max. Ich freue mich wirklich. Hey, dein Gesicht sieht so intensiv. Sind du okay? Äh, nein, ich bin eigentlich nicht okay. Ich... Ich muss einfach Nathan finden. Und nicht zu nahe, wenn du ihn sehen kannst. Okay, wir ähm... Wir sehen, äh... Wir schicken unsere Spione aus, um den Nathan zu finden. Wir treten, gehen wir auf die Party. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ja, viele Partypeople hier, Leute. Aber das kann irgendwie auch nicht gut ausgehen. Daniel, fangen wir mal hier an. Ähm, ich weiß. Ich weiß. Ich bin nicht in Party-Mode heute. Sie sehen, du bist auf ein secretes Mission. Das ist wo es endet. Für Rachel's sake. Oh, Max, du brauchst eine Black Whale break. Das hat sich jetzt sehr, sehr stark nach Abschied angehört. Ähm, warum bist du hier? So, warum bist du hier heute Abend? Keine Arbeit? Boredom? Werdung? Werdung? Hast du gesehen Warren heute Abend? Nein, ich war mit Daniel. Er hat mich mit ihm zu dem Portland Art Museum dieses Weekend. Oh, das ist so schön. Ich hoffe, Daniel wird ein tolles Museum guide sein. Ähm, doppelter Mond. Könnte sein. Oder? Oder, noch schlimmer, er kümmert sich bereits schon um die Victoria. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ähm. Gefährlich. Ähm, Vortex Club. Ich heiße das. Ich heiße das. Ich heiße das. Ich heiße das Vortex Club. Ich heiße das Vortex Club. Schau mal das. Schau mal. Dresscode? VIP-Session? Das ist ein verdammt. Das ist ein verdammt. Ich spreche, Bruder, Lüge. Okay, ich muss mich weitergehen. Danke, dass du mich sehen. Nein, danke dir. Aber für die Kate. Und für sie wirklich. Schau mal. Schau mal. Okay. Äh, da gibts mal nen VIP-Bereich. Hab ich das jetzt? Ah, Alyssa. Kann ich die Alyssa jetzt mal wieder warnen? Ja. Okay. Alles klar. Er tanzt hier. VIP-Only. Das ist wohl der VIP-Bereich. Junge. Okay. Mietchen. Banner. Okay. Türsteher. Ach, wahrscheinlich hätte ich mich auf die Liste setzen müssen, wo ich hier war. Glücklichter. Was wäre das, was eine Sch***e Party wäre ohne Blostick? Hm. Unzene. Warum ist Courtney nicht die Runde für die VIP-Bereich? Uh-huh. Entschuldigung, aber ich gehe in. Entschuldigung, aber das ist die VIP-Bereich. Nur die Mitglieder. Okay? Ich schau nicht so, dass ich ein Mitglieder sein. Ich möchte einfach zu sprechen. Victoria hat mich nicht zu lassen. Schön, dass du nicht ein Mitglieder bist. Hör. Nein, du hör. Courtney sollte die VIP-Bereich sein, nicht ich. Also bitte geh. Und warum ist die Courtney nicht hier? Ich werde es mal außenrum versuchen, oder? Ich gehe mal ein bisschen schneller. Aber man soll ja hier nicht rennen. Ach, da geht es auch nicht. Das Wasser kann ich wohl auch nicht. Das Wasser kann ich wohl auch nicht. Kann ich mit der Courtney... Ah, jetzt kann ich mit ihr sprechen. Hey, Courtney. Wie geht's? Wie geht's? Uh, was Max Caulfield doing at a Vortex Club party? It really must be the end of the world. Get it? But seriously, like, what do you want? I didn't want to be alone tonight after this week, so I thought it'd be nice to hang out in the VIP section. Yes, it is very nice. If you're in the Vortex Club, which you're not and will never be, so excuse me. Great plan, Max. Time to find another way into the VIP section. овred surprisingly, I'm Gestapo. I showed you, Well, you shouldn't Orleans, Like, can I ask you just spielen.